Willkommen zu einem weiteren Atemisuite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, welche unterschiedlichen Cursor es innerhalb eines Diagramms der Atemisuite gibt und welche Funktionen diese Cursor erfüllen. Um dies zu zeigen, wurde zunächst die Level-versus-Time-Analyse einer Marke mit einem Data Viewer als Destination Element berechnet. Mit einem Rechtsklick in das Diagramm erreichen Sie unter anderem das Cursor-Menü. Standardmäßig ist der Zoom-Cursor aktiv, der durch das Handsymbol aktiv wird. Mehr zu den Zoom-Funktionen innerhalb eines Diagramms erfahren Sie in einem separaten Tutorial. Neben dem Zoom-Cursor steht Ihnen der Label-Cursor zur Verfügung. Ist der Label-Cursor oder einer der folgenden Cursor aktiv, erscheint in der rechten oberen Ecke eines Diagramms ein Symbol, mit dem Sie sich Informationen über die Funktionen des jeweiligen Cursors anzeigen lassen können. Der Label-Cursor dient dazu, bestimmte Punkte einer Kurve optisch hervorzuheben. Aktivieren Sie den Label-Cursor und bewegen Sie die Maus an eine beliebige Stelle einer Kurve, bis ein Stift erscheint. Durch einen Klick erzeugen Sie ein Label, das die Werte des markierten Punktes anzeigt, in diesem Fall den Zeitpunkt in Sekunden und den Schalldruckpegel in db-SPL. Sie können beliebig viele Label erzeugen und diese per Drag & Drop verschieben, ohne dass sich der Bezugspunkt verändert. Beim Setzen eines neuen Labels können Sie dieses bei gedrückter Maustaste verschieben, sodass der Bezugspunkt von Maximum zu Maximum der Kurve springt. Bei Loslassen der Maustaste wird der Bezugspunkt fixiert. Mit einem Doppelklick auf ein Label können Sie die dargestellten Informationen editieren. Sie können dazu auf alle Informationen zugreifen, die der Artemis Suite zur Verfügung stehen, oder die Freitexteingabe nutzen. Eine weitere Möglichkeit für das Ablesen von Einzahlwerten im Diagramm bietet der Data Cursor, den Sie im Cursor-Menü neben dem Label Cursor finden. In diesem Fall wurde die FFT-Average-Analyse einer Marke berechnet. Ist der Data Cursor aktiv, werden an den Achsen die Einzahlwerte der Position, an der sich der Cursor befindet, angezeigt. Bei mehreren Kurven sind die Werte entsprechend der Kurvenfarbe markiert. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie von Maximum zu Maximum einer Kurve springen. Drücken Sie F8, um ein Label an der entsprechenden Stelle im Diagramm zu setzen. Durch einen Doppelklick erzeugen Sie einen Referenzpunkt. Nun werden an der Ordinate die Differenzwerte relativ zu diesem Punkt angezeigt. Halten Sie bei der Erzeugung eines Referenzpunktes die Shift-Taste gedrückt, um den Referenzpunkt auf der Kurve verschieben zu können. So können Sie zum Beispiel die Differenz zweier Kanäle an verschiedenen Stellen ablesen, ohne jedes Mal einen neuen Referenzpunkt erzeugen zu müssen. Der nächste Cursor, der Ihnen im Diagramm zur Verfügung steht, ist der Harmonic Cursor, dessen Verwendung sich besonders in Diagrammen mit Frequenzachse eignet. Rufen Sie den Harmonic Cursor auf, erscheinen einige Linien, die die harmonischen einer Grundfrequenz repräsentieren. Verschieben Sie die Linien einfach per Drag & Drop an die gewünschte Position. Die harmonischen können anhand der Zahlen auf den horizontalen Balken abgelesen werden. Nach einem Doppelklick auf eine harmonische werden nur noch deren Vielfache angezeigt. So können Sie sich zum Beispiel nur die geradzeiligen harmonischen anzeigen lassen. In 3D-Diagrammen mit einer Drehzellachse steht Ihnen zusätzlich der Order Harmonic Cursor zur Verfügung. Um die Funktionen dieses Cursors zu veranschaulichen, wurde die FFT vs. APM-Analyse einer Marke mit Drehzahlkanal berechnet. Der Order Harmonic Cursor erfüllt ähnliche Funktionen für die Drehzahlordnung wie der Harmonic Cursor für die harmonischen. Ist der Order Harmonic Cursor aktiv, werden Ihnen die einzelnen Ordnungen angezeigt, die Sie per Klicken und Halten an die gewünschte Position im Diagramm verschieben können. Setzen Sie mit einem Doppelklick einen Referenzpunkt in Ihrem Diagramm. Wenn Sie den Cursor bewegen, wird Ihnen die Differenz der Absissenwerte zu diesem Punkt angezeigt, in diesem Fall die Differenz in db SPL. Mit einem einfachen Klick in das Diagramm verschwindet der Referenzpunkt wieder. Benötigen Sie ein Offset z.B. für die Analyse von Elektromotorgeräuschen, können Sie diesen mit der Taste F6 einstellen. Als letzten Cursor im 2D-Diagramm des Data Viewers steht Ihnen der Delta Cursor zur Verfügung. Der Delta Cursor zeigt für die jeweilige Analyse den Einzahlwert an. Verschieben Sie die graue Umrandung, wird für die Berechnung des Einzahlwertes nur noch der Bereich innerhalb dieser Umrandung berücksichtigt. Wie Ihnen in den Informationen des Cursors angezeigt wird, können Sie mit F2 die Grenzen des Bereiches auch per Tasteneingabe editieren. Eine weitere Funktion des Delta Cursors können Sie durch Drücken der Taste F8 nutzen. Drücken Sie F8 und die angezeigten Werte werden als Label fixiert. In diesem Fall bekommen Sie in den Labels zusätzlich die Informationen über den zugrunde liegenden Frequenzbereich angezeigt. Um die so erzeugten Labels editieren zu können, rufen Sie erneut den Label Cursor auf. Damit haben Sie einen Überblick der unterschiedlichen Cursorfunktionen im Diagramm der Atemis Suite bekommen und können bestimmte Ergebnisse Ihrer Analysen genauer bestimmen oder hervorheben.